Am vergangenen Sonnabend war es wieder soweit. Thuner mit Herz lud ein zum zweiten kluboffenen Treffen an den Stausee in Bautzen. Ihr Ziel, Vorurteile abbauen und nebenbei etwas Gutes tun. Auch dieses Jahr hatten sich wieder viele Sponsoren bereit erklärt, dieses Vorhaben zu unterstützen, um einen guten Spendenbeitrag für einen gemeinnützigen Verein zu sammeln. Wir schlinderten mal mit der Kamera über den Parkplatz am Stausee und schauten uns die tollen Autos an und natürlich auch die tollen Leute. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Musik